Was geht auf? Yvonne und ich sind wieder am Start. Ja, nein. Leute, man kann immer noch nicht Fußball spielen, deswegen spielen wir halt FIFA. Wenn ihr das Fußballspiel genauso vermisst wie wir, dann einmal ein Fußball-Emoji in die Kommentare. Ballern jetzt, Leute. Ey, wir gehen sofort auf den Platz, sobald man wieder darf, oder? Ja, heute wieder FIFA-Footdraft, aber... Ja, nach was darf ich die aussuchen? Du wolltest es mir nicht sagen. Genau. Ich suche nämlich heute die Spiele aus und du wirst spielen. Nein, ich hab keinen Bock. Doch. Ich hab bis jetzt noch kein Spiel gewonnen bei Footdraft. Nee, ich will nicht. Mir macht das auch so viel mehr Spaß. Ich hab auch keinen Bock zu spielen, ich kassier nur. Lasst ein Like da und schaut bei Yvonne vorbei. Komm, dafür lasst ihr auch ein Abo bei dir da. Für den Einsatz gehen wir auf deinen Kanal und abonnieren den jetzt, habe ich gehört, oder? Ich fand die Idee echt doof. Findet ihr sie gut? Dann lasst ein Like da. Jetzt darf ich endlich mal diese Aufstellung hier machen. Also erstmal, ich hab wirklich genauso wenig Ahnung wie du. Und du spielst genauso schlecht wie ich. Yeah! Ich kenne nur 4-4-2, Alter. Dann nehmen wir natürlich an der Stelle auf gar keinen Fall Messi. Ich muss eigentlich Messi nehmen. Warum? Oh Mann, aber der Ampel war voll gut. Ey, es geht jetzt nicht um Hübschigkeit. Okay, wen haben wir jetzt? Uh, oh, Kane. Timo Werner. Oder Werner. Timo Werner. Dann nehme ich Kane. Alles klar. Mal sehen. Ibraaa. Owen. Owen passt. Owen passt. Super. Voll auch Engländer ist. Okay. Amnamm. Warte, wer hat. Der voll das klaus kontrollierte Gesicht. Siehst du das? So voll die krassen... Was schaust du jetzt, ob du da jetzt das verstehen würdest? Ich nehme einfach dir. Oh. Oh, check out. Und jetzt nehme ich hier da Modric. Feierst du doch so. Ja, mach doch. Ja, hier, Modric, Alter. Messi passt überhaupt nicht ins Team der Vogel. Boah, dem sein Karten ist auch cool. Passt null. Ich hoffe jetzt auch, dass ich den englischen Rechts-Middelfeld-Typ kriege. Jetzt nehme ich nämlich Kyle Walker. Passt null. Das ist eine schlechte Taktik. Ich weiß, ich habe auch keine Taktik. Boah, ich mache einfach ein Team aus Engländern. Und da hört es auch schon aus. Boah, den habe ich damals genommen, dass er hübsch ist. Boah, Alter. Hör auf zu reden. Die sind mir in die Nimmel. Nein, ich habe aus Versehen Bürki. Das ist doch meine Behinderstel. Ich habe nichts gemacht. Mein Gott, ich habe aus Versehen Bürki genommen. Das ist einfach bescheuert. Warte, nimmst du den. Weil der in der Premier League spielt. Ja und? Soll ich Sokratis nehmen, Alter. Okay, wasted. Und die Bank muss retten, Freunde. Alter, das ist ja... Okay, super. Der passt, glaube ich, sogar besser da rein. Ja, der passt halt besser als Bürki. Wow, der sieht aus wie Will Smith. Hast du gesehen? Deswegen lasse ich Yvonne nicht mehr diese Footdrug machen, Alter. Einmal hast du gesehen? Oh, und da habe ich die. Mares, pass mal auf. Und jetzt tue ich Mares da hin. Und zack, Alter. Bats, ich bin so schlau. So, okay, wir haben 88 Bewertungen und 96 Chemie gerade. Ist ja fast, wie wenn du das machst. Modric, der Penner, der passt hier einfach nicht rein. Hey, keine Beleidigungen hier. Weil du behindert bist! Richarlison! Und wir sind bei 98 Chemie. Komm, ich will ja mal die 100 Chemie hier, Alter. Ja, nehmt, schläftet meine Arme, schläft die 100 Chemie, okay. Aber kann man nicht noch auf eine bessere Bewertung? Kann man die Bewertung noch aufsteigern, wenn man die Bank ändert? Ja. Ist, glaube ich, ich bin mir nicht sicher, aber ist, glaube ich, eines der stabilsten, oder das stabilste Draft-Team, was ich jemals gemacht habe. Ja, und jetzt darf Yvonne damit spielen. 188. Ist das okay? Kreis ist schießen. Ihr ist laufende. Was willst du noch wissen? Okay, unser Gegner, beziehungsweise dein Gegner, hat auch einen 188er. Kannst du dich jetzt mal wegglatschen? Ich will, dass du ihm eine Klatsche gibst. Das ist easy, easy going. Jawohl, jawohl, okay. Okay, sieht super aus. Er ist noch zum Torwart zurück. Der muss auch warm gespielt werden. Ja, sieht gut aus. 100% Ballbesitz. Noch kann er nichts machen. Du kannst auch mal ein bisschen laufen, wenn du willst, so, ne? Okay. Ah, zu früh, zu früh. Oh mein Gott, oh mein Gott, komm. L1-Spielerwechsel, Schatz. Ja, komm, ja. Ja, was ist denn? Und hau ihn raus. Okay, okay. Sauber Glück gehabt. Mein Kopf hat gar nicht realisiert, was abgeht. Du hast den Ball, du hast den Ball. Nicht schießen, das bringt nichts. Ich kauf dir einen Lamborghini, wenn du von da ein Tor schießt. Und dann, wenn du vor ihm bist, kreifst. Ja, sauber. Bye, have a great time. Oh mein Gott, super, super. Viereckflanke. Ja, Viereckflanke rein. Schade. Auf Gerard. Was macht Gerard? Leg rüber auf Pjanic. Der flankt einfach mal einen Ball komplett nicht an. Schade, schade. Ah, Mann, ich kann's nicht. Du bist gut dabei. Nein, jetzt darfst du ihn durchkommen lassen. Er ist durch. Er ist durch. Du musst ihn stoppen. Du musst ihn stoppen. Mara, du musst deinen Torwart zu schießen. Du hast mir vor dir keinen Torwart gegeben. Jeder andere Torwart hätte bis zuerst gehalten. Ich weiß nicht mal, wer im Tor ist, Alter. Ich kenne ihn gar nicht. Oh Mann, du musst echt aufpassen auf Mané da auf dem Flügel. Der läuft einfach durch, wie er will. Oh Mann, stopp ihn doch, stopp ihn doch. Wieder der Frostner. Perfekt, Alter. Perfekt. Ja, sauber. Ja, vielleicht nicht die... Oh, das gibt eine schöne gelbe. Vielleicht nicht direkt zum Gegner passen. Das wollt's nicht. Ich versetz mich in die Reine. Das ergibt gar keinen Sinn. Ich weiß, das spielt aggressiv, dann muss ich auch aggressiv spielen. Ja, okay, aber du musst doch nicht zum Gegner passen. Lass ihn nicht schießen, lass ihn nicht schießen. Boah, dann geht's auch hier. Sau. Hast du gesehen? Auge. Auge von Yvonne. Ich tue gar nichts, Mann. Das legt sich auf. Och Mann, renn doch nicht vom Ball weg. Ey, also du musst zugeben, ich hab wirklich einen Fehler. Du musst echt zugeben, du machst echt Kacke. Video Ende. Ah, der Torwart hält. Oh, und so ein Ding ist das. Boah, der Torwart, du motivierst den ja mit deinen Hates. Alter. Ja, wie soll ich das denn noch drehen? Ja. Ey, Mann, warum kommen denn meine Bälle so langsam? Können wir, hast du, den hast du, ja! Freischuss oder Elfmeter? Macht der nicht. Ja, macht der noch. Okay. Ich wurde auch schon mal 7-1 weggeklatscht in den Foot Draft, also von daher. Ja, 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 du hast den Ball, du hast den Ball. Und du hast den Ball wieder verloren. Und der Torwart ist diesmal da. Jetzt da ist es. Boah, was ein geiles Ding. Lauf, lauf, lauf. Nicht nach hinten. Nach vorne. Nach vorne. Du hast schon so gut wie durch auf dem Flügel. Mann, ich... Die Stimmung steigt. Du hast den Ball, du hast den Ball, du hast ihn, du hast ihn, du hast ihn. Sauber. Tiki-Taka-Faar, Halbzeit. Egal, jetzt können wir nochmal runterkommen und dann die zweite Halbzeit rasieren. Marez, du hast gar nichts gebracht. Sorry, jetzt kommt Messi. Und jetzt machst du was. Jetzt habe ich Vertrauen. Ja! Wieso hast du direkt den Ball? Oh mein Gott. Und das Tor von da. Weil ich einfach zu viele Knöpfe drücke, das nervt mich so, weil nichts passiert. Kann mir gar nichts. Ah. Gar nichts. Boah, Alter. Guaita, Vita, Vita, Vita ist echt da, ey. Was macht der? Was selber verwirrt, dass der Ball ankam, ne? Oh mein Gott. Ey, Mann, ich will nicht mehr. Und jetzt spielt einen schönen Pass. Irgendeinen schönen Pass. Boah, guck mal. Was passiert hier? Was passiert hier? Oh mein Gott, Elf Vita. Elf Vita. Du hast den Elf Vita rausgeholt. Oh mein Gott. Aber jetzt konzentrier dich. Jetzt musst du den machen. Also du kannst jetzt mit links, drück doch bitte keinen Kreis. Mit links musst du jetzt hier hin zielen und dann Kreis drücken ein bisschen. Beeil dich, sonst schießt er von alleine. Und dann musst du auch da halten dann den so. Wie du den Stick machst. Brr. Ja, der hat es alleine gemacht. Oh mein Gott. Er ist deutsch. Ich will nicht mehr. Ich höre jetzt auf. Es reicht. Ich versuche jetzt noch ein Tor zu schießen in den 15 Minuten. Jetzt hat er den Endgegner geweckt. Komm jetzt. Ich versuche jetzt noch ein Tor zu schießen. So. Letzt. Oh mein Gott. Der Penner. Bisschen Zeit ist noch. wenn dann jetzt letzte chance letzte chance allerletzte chance du dich so als hättest du ahnung